Hey, siehst du das? Der perverse Kerl macht ein Video unter Ihrem Rock. Ihr iPod hat eine Störung. Was? Ja. Hey, warten Sie mal. Also ich weiß nicht, ich glaube, da ist was. Oh. Ist das mir an? Ja. Sehen Sie, das hier ist der Fehler. Das funktioniert nicht, ich kann es nicht. Oh, wollen Sie das zurückhaben? Tut mir leid. Es tut Ihnen leid, verwegen Sie. Verdammt. Wissen Sie was, wenn Sie sich beschweren wollen, können Sie das unter dieser Nummer hier tun. Erklären Sie denen, was auf dem iPod drauf war und was Sie damit gemacht haben. Man wird Sie bestimmt dafür entschädigen. Noch einen schönen Tag. Sehr gut.